Ein unglaubliches Märchen! Die nächste Minute der Nachspielzeit! 45 Sekunden. Und so wird es wohl die letzte Szene sein in diesem Spiel. Denn die drei Minuten Nachspielzeit sind gleich rum. Wilhelms chippt ihn rein. Und Feilrückzieher, Tor! Bist du verrückt? Sebastian! Und noch 45 Sekunden. Also ich hätte noch Zeit für 45 Minuten. Solch ein Fußballspiel. Super von Asebe. Alle, ganz hinten Passjetzer. Passjetzer! Passjetzer! Frankfurt gewinnt dieses Spiel. Das ist kein Spiel! Das ist ein Naturereignis! Sechste Minute der Nachspielzeit! Sie kommen jetzt wieder mit Christoph Westertaler in der zentralen Position. Nur Schwarzer hat er noch vor sich. Dann ist es Fjordhoff. Der ist im Strafraum. Und das ist Tor! Tor! Für die Frankfurter Eintracht. 5 zu 1. Herrje! Welche Leistung! Fjordhoff! 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 Der kann ihn draufmachen! Der kann ihn draufmachen! Und er macht ihn drauf! 3 zu 1! Das war's! Die Eintracht gewinnt den DFB-Pokal 2018! Unglaublich! Die pure Ekstase! 96. Minute! Berlin ist in Eintracht Hand! Das ist völlig egal, ob Zweier hier nochmal anpfeift oder nicht. Sollte in Flosse kommen! Bürger! Und Tor! Alexander Schur! Das ist ein Märchen! Ein unglaubliches Märchen! Der Frankfurter schießt Eintracht Frankfurt in die Bundesliga! Alexander Schur macht das 6 zu 3! Unvorstellbar! In der dritten Minute der Nachbielzeit! Und in der dritte Minute der Nachbielzeit, der dritte Minute der Nachbielzeit. Untertitelung des ZDF, 2020